Herzlich Willkommen mit mir hier das Stefan bei einer weiteren Folge und jetzt gebe ich Jan den Part weiter ab. SCP Secret Laboratory. Genau und was ist deine Mission jetzt? Ich schau dir natürlich mal zu. Ich bin gerade SCP-106 und ich muss halt die Leute töten. Meine spezielle Fähigkeit ist, ich kann durch Wände laufen, durch Türen laufen und wenn ich einen Typen mir jetzt schnappe, zum Beispiel den Facility Guard, den ich gerade zulaufe. Was? Was? Wo bist du? Dann schicke ich die in eine spezielle Dimension rein, aus der die, wo es dann mehrere Ausgänge gibt und alle außer ein Ausgang sind tödlich und ach du kleiner armer Sack. Komm nicht näher Jan. Och komm schon, ich bin hier. Alter, nein, komm her. Und Luisa, was ist deine Aufgabe? Ich bin Facility Guard und muss Leute in orange kleiden Sachen töten und alles andere auch. Außer meine Freunde. Wieso kriege ich die denn nicht getaggt, Alter? Und ich bin leider zu spät in die Lobby reingescheunt, weil mein Spiel hat sich aufgegangen, deswegen bin ich jetzt mal Zuschauer. Ich kriege den Scheißdreckstypen nicht. Oh, du hast ja schon einen getötet. Einen habe ich schon, ja, aber... Hm? Was macht ihr da denn? Der andere haut jetzt die ganze Zeit ab, oder? Ach so. Boah. Für Jan, du könntest jeder, hinter jeder Tür sein. Ich, ich jag' aber einen Facility Guard hier. Ich bin auch ein Facility Guard. Komm her, ich bin es leicht, mich zu jagen. Komm her. Da wäre das System B. Oh, nein. Ich habe dich gehittet. Komm jetzt her. Ich habe den Typen noch gehittet, aber er ist einfach ein... Tönen bringen nichts. Ach, du willst dann langsamer. Ja, ein bisschen. Wow. Ich komme aber trotzdem einfach durch. Es laggt schon wieder, ne? Ich habe auch gemerkt. Ach, ich lasse dich in Ruhe. Ey, Peanut, da ist ein Typ, ein Facility Guard. Guck mal, ob du den kriegen kannst vielleicht. Ich habe es aufgegeben, da rennt mir zu viel. Toll, ich habe die Upgrade-Maschinen gefunden. Gibt es eigentlich noch irgendwelche anderen SCPs außer mich und Peanut? Weiß ich doch nicht. Wie kann ich mich eigentlich zu den Flecken teleportieren? Weißt du, wie das geht, Lüser? Ja, du musst mit Tab. Wie mit Tab? Sehe ich nicht. So, als ob du da ein Inventar nimmst. Ja, hat aber nicht geklappt. Bin ich wahrscheinlich noch zu nah dran. Da ist dann so ein Portal und dann musst du halt das mit den zwei Feineln nehmen. Hab ich jetzt nicht gefunden, aber ist auch egal. Wann bist du schon gespawnt? Bäh. Bist du schon gespawnt? Nee, leider nicht. werden die New Captivieren durch alle umbringen ich bin ja immer noch kann ich im Leben wenn ich aus Köln zu zu viel zu viele Leute gestorben Wirklich? Ja, er war zu viert. Aber ich will ihn nicht wieder sparen. Nein! Oh, lol. Wie kommst du nur, Jan? Ich hab gerade meine Karte drin, die wird zu einer Omni. Oh, komm schon. Oh, Jan, ich hasse dich. Einfach mal eben durch die Tür durch und zack. Nee! Ha! Ich lebe noch, Jan! Nee! Sie hat's einfach rausgeschafft aus der Kackpokke. Alter, ich komm jetzt wieder zurück und hol mir mein ... ... halt wieder. So tot. Äh, am Anfang sind ganz viele, Jan. Wie am Anfang? Achso, ja, die ganzen MTF-Leute, ja. Ich bin verrückt. Au, das ist ... Achso, um den Knopf zu drücken, muss ich dann selber jemand ... ... in diese ... ... in diese ... ... Dings reinstellen, weil ... Wo bist du? Hm. Oh, Gott. Ich haufe dich an. Warte, wo ist die ... wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Alter, ich komm hier wieder raus. Mhm. Grüß. Grüß, ich bin wieder raus. Haha, ich bin wieder raus, Jan. Passt du dich. Haha. Ich hab mir genau gemerkt, wo ich raus muss. Wahrscheinlich komm ich in der Runde überhaupt nicht wieder rein. Ich breite es jetzt durch diese Tür nicht fertig. Haha. Ich hab dich doch gehittet gerade. Achso, nicht. Doch, ich hab so nen Hitmarker bekommen, aber okay. Haha, ich hau jetzt ab. Alter, der Server leckt einfach. Was ist denn hier passiert? Noch ein Leck, äh, Leck bei euch auch so hart? Ja. Alter, die werden jetzt doch sterben. Nein, komm her. Oh nein, Peanut ist hier! Jetzt überwass ich dich, du Arschloch. Renn. Renn. Öffne die Tür. Öffne die Tür. Öffne die Tür. Komm! Ich bin einfach so raus. Warum hat mich mein Partner getötet? Das passiert mir auch ganz häufig. Ach komm schon. Doch. Komm jetzt her, Mann. Dieser Leck. Dieser Leck. Der Leck. Der Leck. Der Leck. Der Leck. Der Leck. Der Leck. Ich mach das nicht mehr mit. Oh lai. Ich werd's echt viel. Hallo Arschloch. Wieso ist der da drauf gekommen? Äh, der ist über den Boden drüber gelaufen, weil's gelegt hat. Genau. Genau das gemacht. Na! Soltan! Wieso hast du mich erschaffen? Ha! Natürlich fahr ich runter. Aber er nicht. Dieser Kacke lag, ne? Ja. Lass mal einen anderen Server suchen. Ist mir scheiß egal dann, ob der Englisch ist oder nicht. Ja, aber ich mach trotzdem jetzt noch kurz die Aufnahme zu Ende. Ja, ja. Die können wir auch zu Ende machen. Aber nach der Runde halt. Ja. Aber das ist schade, dass ich überhaupt nicht reingekommen bin. Oh, ich such mir jetzt schon einen neuen. Ah, hier komm ich noch. Vielleicht komm ich noch. Vielleicht komm ich noch. Vielleicht komm ich noch. Oh! Wie wär's mit SCP Facility? Schaff dir das über... Nein, der ist tot. 10 von 16. Es sind noch zwei Stück drin. Es sind noch zwei Stück drin. Okay. Die laufen zusammen an der, wo wir gebackt sind. Do you know? Ne. Ähm, wo wir, äh, stuck waren. Weißt du noch, wo Peanut gestorben ist? Also, äh, da wo wir beide mal feststeckten. Ja. Einen Moment. Wenn ich das wieder finde, dann guck ich mal. Sie laufen aber gerade in eine gegensätzliche Richtung wieder. Wie viele Leute leben eigentlich überhaupt noch? Zwei. Zwei? Nur noch die beiden. Ja. Ich glaube da, wo du eben warst, ist das. Lol, der eine ist auf einmal weg. Oh, der ist disconnected. Einer nur noch. Wow. Oh, der eine leckt richtig massiv. Jetzt ist er in so einem roten Raum. Jetzt geht er wieder raus. Oh, ich seh ihn. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ja? Genau vor mir. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Er kommt wieder auf dich zu. Er feuert ab. Also, blau. Er ist weg. Er läuft. Er läuft. Nein. Ich weiß jetzt nicht woher. Ist er raus? Ist er raus? Er ist tot. Wer lebt denn noch? Hm. Hä? Dann müssen wir doch jetzt gewinnen oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Du bist wirklich der Letzte, der noch lebt. What the f- geht doch. Und ich bin nicht mal einmal reingesäumt. Dass der alte Mann wirklich gewonnen hat. Hm. Aha. Aha. Und damit verabschiede ich mich von einer weiteren Folge von... Ich bin wieder da. Gut gemacht. Ich glaube, ich brauche nicht. Dann... Okay. Wenn du dich von dieser Folge jetzt verabschiedest, dann sag ich mal einfach. Abonnieren. Lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und einfach allgemein schreibt doch mal in die Kommentare allgemein, was für Let's Plays auf Stefans Kanal euch denn so gefallen war. Dann wissen wir, was ihr für Content mögt. Und dann können wir mehr davon machen. Genau. Und so sehe ich das auch. Luisa, du hast deine letzten Worte. Tschüss. Tschau. Von meiner Seite auch. Das ist das einzige, was ich sagen kann. Von meiner Seite auch. Tschüss. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.